Unerschrockene U-Boot-Kapitäne haben das versunkene Logikland entdeckt. Doch bevor die Besucher die geheimnisvolle Stadt betreten dürfen, heißt es viele knifflige Aufgaben zu lösen. Bei Logikland entscheiden die Spieler individuell über ihren Schwierigkeitsgrad. Du hast Schwierigkeitsgrad 3 gewählt. Die U-Boot-Kapitäne tauchen in die Tiefen ab, um die versteckten Aufgaben zu finden. Dieses Feld ist leider leer. Du hast die Sandbank gefunden! Decke nun 4 Karten vom Stapel auf und merke sie dir so lange, bis ich Stopp sage. Decke dann nacheinander all die Karten bis auf eine wieder auf. Welche Farbe hat die letzte Karte? Genau! Richtig! Die zufallsgenerierten Logik- und Konzentrationsaufgaben versprechen immer wieder neuen Spielspaß. Das versunkene Logikland von TipToy ist ein spannendes Konzentrations- und Rätselspiel für Kinder von 5 bis 9 Jahren. 새ungsgeladen 6 48 80 1 8 usu decides 9 11 2 9 9 9 9 9 10 11 Vielen Dank.